So, wenn du kannst das ab. Oha. Machen wir das Ganze nochmal von hinten. Ich glaube, er kann es nicht ab und geht hier durch. Mit dem Doof, ne? Naja, jetzt sieht es nicht, was hinter ihm ist. Oha, eine kleine Steigerung. Dieser hängt nicht an ihren Fingern anscheinend. Der ist ein sehr steifer Ast. Normalerweise mache ich so was mit Brennnesseln. Aber ich habe gerade keine gefunden. Einmal noch. Der fährt sich auch freiwillig an. Voll schön. Dankeschön. Auf der Arbeit steht es nicht. Ich denke, das war immer schon. Herzlichen Dank für den Applaus.